In diesem Video geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Learning Analytics im Hochschulkontext. Gleichzeitig schauen wir uns näher die Begriffe Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit im LA-Kontext an. Lassen Sie uns mit einer kurzen Erklärung zu Ethik beginnen. Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie auch als Moralphilosophie bezeichnet, das in aller Kürze als das Nachdenken über moralische Grundsätze beschrieben werden kann, die unser Handeln, Verhalten und unsere Entscheidungen bestimmen. Ethik kann uns einen moralischen Kompass liefern, der uns hilft, bei schwierigen Fragen und in komplexen Alltagssituationen das moralisch Richtige zu tun. Technologie spielt zweifellos eine große und wichtige Rolle in unserem Alltag und kann unser Leben in hohem Maße beeinflussen, positiv aber auch negativ. Wenn die Technologie aber dieses Potenzial hat, dann stellen sich aus ethischer Sicht zwei eng miteinander verbundene Fragen. Ist die Technologie vertrauenswürdig bzw. was macht eine vertrauenswürdige Technologie aus? Sollen wir ihr vertrauen? Bevor wir diese Fragen im Detail behandeln, schauen wir uns die Begriffe Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit an. Vertrauen ist eine Haltung, die die vertrauensgeber der Person gegenüber der vertrauensnehmenden Person bezüglich der Durchführung einer bestimmten Tätigkeit hat. Da Vertrauen eine Haltung ist und demzufolge an die subjektive Beurteilung einer Person gebunden ist, folgt daraus, dass das Vertrauen selbst subjektiv ist. Damit man über Vertrauen sprechen kann, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, wie zum Beispiel Vulnerabilität der vertrauensgebenden Person sowie Unsicherheit und Risiko bezüglich der Durchführung der Tätigkeit seitens der vertrauensnehmenden Person. Vertrauenswürdigkeit hingegen ist eine Qualität, eine Eigenschaft der vertrauensnehmenden Person bzw. Technologie. Im Gegensatz zu Vertrauen hat Vertrauenswürdigkeit eine objektive Dimension. Jemand oder etwa ist also vertrauenswürdig, weil er, sie, es bestimmte Eigenschaften besitzt, die für einen konkreten Zusammenhang in dieser Hinsicht relevant sind. Vertrauenswürdigkeit wird auch als Vorstufe des Vertrauens betrachtet. Das bedeutet, Vertrauenswürdigkeit zeigt, wann es gerechtfertigt ist, jemandem zu vertrauen. Es besteht die Möglichkeit, dass Hochschulen zukünftig LA vermehrt einsetzen, mit dem Ziel, das Lernen und Lernverhalten für Studierende besser verständig sowie optimierbar zu machen. Da beim Einsatz von LA Studierendendaten, also überwiegend personenbezogenen Daten, erhoben, verarbeitet und analysiert werden, muss vor allem sichergestellt werden, dass LA und LA Werkzeuge vertrauenswürdig um Studierenden zentriert sind. Dies bringt uns auch zu der Frage, was macht aus ethischer Sicht ein vertrauenswürdiges LA Werkzeug aus? Diese Fragen können anhand einer ethischen Analyse beantwortet werden. Die ethische Analyse beinhaltet folgende Schritte. Zuerst ist es wichtig, die Eigenschaften von LA bzw. von der konkreten LA Anwendung zu untersuchen und zu identifizieren, welche von diesen ethisch relevant sind. Hier geht es also darum zu verstehen, welche technischen Funktionalitäten ein LA Werkzeug hat, also was es machen kann und was es nicht machen kann. In einem zweiten Schritt muss man dann die vor der LA Anwendung betroffenen Stakeholder identifizieren. Im LA-Kontext wären das zum Beispiel Studierende, Lehrende, Forschende. Wenn die relevanten Stakeholder bekannt sind, kann man feststellen, welche Interesse diese Stakeholder haben, die durch die Einführung von LA in die Hochschulbildung gefährdet sein können, zum Beispiel bei Studierenden das Interesse, dass sowohl die eigene Privatheit als auch die Intimität des Lernens respektiert wird. Welche Risiken und Schäden beim Einsatz von LA entstehen können, zum Beispiel Verletzung der Privatheit der Studierenden durch ungerechtfertigte Verwendung und Übermittlung ihrer Daten oder Demotivation wegen ständiger Überwachung durch lernbegleitende Datafizierung und Vermessung. Und welche Pflichten sich daraus für das Umfeld ergeben, zum Beispiel die Pflicht der Hochschule, Studierenden über die Verarbeitung ihrer Daten auf eine benutzerfreundliche Weise zu informieren oder sich um die mentale Gesundheit der Studierenden zu kümmern, etwa durch das Einrichten von entsprechenden Stellen oder Mechanismen. All das hilft dann in einem weiteren Schritt, die identifizierten Interessen sowie potenziellen Risiken und Schäden mit entsprechenden ethischen Werten zu verbinden, diese abstrakten Werte klar zu definieren und zu operationalisieren. Das bedeutet, die Werte sollen auf eine konkrete und leicht in dem Design die Entwicklung und Umsetzung von aller Werkzeug anwendbarer Ebene heruntergebrochen werden. Zudem muss auf den Ausgleich potenzieller Wertkopflichter geachtet werden. All dies geht in die Richtung des begannten Ansatzes Value-Sensitive Design, demzufolge Werte über den gesamten Designprozess des Produktes berücksichtigt werden sollten. Auf dieser Folie sind ein paar Werte dargestellt, die sich aus einer ethischen Analyse ergeben können und wichtige Fragen aufwerfen. So kommen zum Beispiel bei dem Wert Transparenz folgende Fragestellungen vor. Ist der Zweck des LE-Werkzugs klar definiert? Sind alle Datenverarbeitungen und die darauf bezogenen Verarbeitungszwecke den Studierenden bekannt, auch etwa diejenigen, die im Rahmen der Leistungsvereinbarung zwischen der Universität und der Munde stattfinden? Informiert die Hochschuleinrichtung verständlich über die Rechte von Studierenden bezüglich ihrer Daten? Werden Studierenden alle mit LE-verbundenen Informationen in einer benutzerfreundlichen Weise kommuniziert? Im Zusammenhang mit Privatheit stellen sich Fragen bezüglich der Kontrolle der Studierenden bei der Erhebung, Aggregation, Verwendung und Übermittlung ihrer Daten und gleichzeitig Fragen bezüglich Sicherstellung der Intimität des Lernens. Beim Wert Autonomie liegt der Fokus auf der Möglichkeit der Studierenden, freiwillige und informierte Entscheidungen bezüglich der eigenen Daten zu treffen. Ganz zentral stellt sich hier bei LE auch die Frage, ob Studierenden die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, ob sie ein konkretes LE-Werkzeug überhaupt nutzen wollen oder nicht bzw. ob LE als freiwilliger Service angeboten wird. Bei dem Wert Nichtdiskriminierung erweisen sich die folgenden Fragestellungen als höchst relevant. Sind LE-Empfehlungen und Feedback diskriminierungsfrei? Wird für die Inklusion aller Studierenden gesorgt? Beim Wert Respekt geht es vor allem darum zu überprüfen, inwieweit Studierende als gleichberechtigte Akteure bei der Gestaltung von LE-Werkzeugen und nicht als bloße Datenproduzenten behandelt werden. Oder ob Studierende bei der Erstellung von LE-Empfehlungen und Feedback nicht nur als Studierende, sondern umfassend als Personen in Ausbildung, als Individuen gesehen werden. Der Wert Verantwortung beinhaltet Fragestellungen wie, gibt es eine klare Aufteilung von Pflichten aller relevanten Stakeholder? Werden Algorithmen regelmäßig bewertet und überprüft? Was Protection betrifft, so können Fragestellungen auf zwei Ebenen identifiziert werden. Die erste Ebene ist die technische Ebene. Hier geht es darum zu prüfen, ob entsprechende technische Maßnahmen ergriffen werden, um Datensicherheit zu gewährleisten. Die zweite Ebene ist die sogenannte Faktor-Mensch-Ebene. Hier ist der Einfluss von LE vor allem auf die mentale Gesundheit der Studierenden von Interesse. Vertrauenswürdigkeit und vertrauenswürdiges Handeln bedeutet aber mehr als rechtskonform zu handeln. Es bringt man sich, über den Rechtsrahmen hinauszugehen und zu überlegen, was bei dem Design, der Entwicklung und der Einführung von LE-Werkzeug noch getan werden kann, damit ein LE-Werkzeug von Studierenden wirklich angenommen wird. Es gibt mehrere Gründe, über den Rechtsrahmen hinauszugehen. Erstens ist die technologische Entwicklung meist schneller als ihre Regulierung. Zweitens kann der rechtliche Rahmen nicht alles abdecken. Drittens kann er keine eindeutige Antwort auf alle Situationen geben. Und viertens stellt das Recht nur das bloße Minimum und ein ersten Schritt dar, der in Richtung Vertrauenswürdigkeit getan werden sollte. Darüber hinaus kann dieser Ansatz, über den Rechtsrahmen hinauszugehen, ermöglichen, die Vorteile der digitalen Innovation besser zu nutzen, kostspielige Fälle vorherzusehen und zu vermeiden. Und schließlich ist er entscheidend für die Bildung von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Und so kommen wir zum Ende der Einheit Ethik. Das Ziel des Videos war es, das Thema LE aus einer ethischen Sicht zu behandeln. Wir haben zuerst kurz erläutert, was Ethik ist. Wir haben zwischen den Begriffen Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit differenziert. Wir haben die Frage, was macht aus ethischer Sicht ein vertrauenswürdiges LE-Werkzeug ausbehandelt, indem wir ausgewählte ethische Fragestellungen im LE-Kontext und relevante ethische Werte vorgestellt haben. Schließlich haben wir auch den Ansatz, über den Rechtsrahmen hinauszugehen vorgestellt und dessen Bedeutung für die Herstellung von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit betont. Vertrauenswürdigkeit Vertrauenswürdigkeit